Was willst du, du Misty? Nehmt Power! Ihr Ratten! Ah, noch einer! Es macht einfach keinen Sinn. Glaubst du ehrlich gesagt, das wäre die echte Identität dieser verrückten jungen Mann? Es ist unmöglich. Aber wenn es irgendwie so ist, dann Umbrella wird es beendet. Wenn die alte Konspiratie gegen Dr. Markus ist beendet, Mr. Spencer's career wird vorbei, nicht zu sagen, auch unsere. Also, die Zeit hat sich zu Ende. Was sollst du machen? Ich würde einfach sagen, um zu Umbrella zu sagen. Die Biologische Weapon, mit dem T-Virus, hat fast geschlossen. Wir haben nur noch ein paar Zeit, um die Daten zu erzeugen. Du kannst dich nicht ernst. Ich versuchte meine Arbeit. Ich habe die Forschung des T-Virus über den T-Virus, aber ich brauche ein bisschen mehr Zeit, um den G-Virus zu erzeugen. Ich versuchte ihn. Ich versuchte ihn. Ich versuchte meine initiale Plan und versuchte die St.A.R.S. in die Mansion. Sie werden die St.A.R.S. in den T-Virus zu erzeugen. Okay. In der Zwischenzeit, etwas muss zu tun, um den T-Virus zu erzeugen. Wie ich erinnere mich, U.R.C. ist mit einem St.A.R.S. in der basement. Ich versuchte ihn, versuchte ihn, und versuchte ihn, und versuchte die Platz zu nichts mehr, als eine Massive Rumble. Ich kann nicht. Nein. Warte! Oh! 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 Schusses! Ich muss schnell zu Rebecca hin! Wie geh ich denn da am besten? Ähm, das ist Rebecca? da ist der billi ja dann werde ich keine andere wahl rebecca ich eile ich muss den weg finden und zwar hier lang da ist die wenn diese Schimpansen oder Affen wie in 28 Days Later so wir gehen wir hier lang und gleich diese Tür mal gucken wo sie uns hinführt mein berechnung nach müsste es in die richtige richtung führen alter was geht denn hier ab was ist hier das so was willst du du Misty nimm Power ihr ratten ah noch einer rebecca rebecca unten erblicken sie rebecca sieht aus als würde sie jeden Moment fallen rebecca retten sie sie bevor es zu spät ist ja will ich doch wie soll ich denn da hin scheiße kacke wie soll ich denn da hinkommen muss ich jetzt zu rebecca wechseln geht nicht und etwa durch den keller jetzt ja meine güte wo soll ich bloß lang kopfzer matsch wie geht's mir denn immer noch gesund ist hier was drin sie können den Schrank nicht öffnen die Tür ist beschädigt ich sammle schon mal die Munition hier ein ach ne ich bin ja schon voll hier ist die Tür was ist das hier und ich lass mir Zeit oh das geht's oh das geht's los ich geh einfach mal hier lang und hier hoch dann so und dann werde ich mal hier lang versuchen oder muss ich den greifhaken nehmen ne muss ich den greifhaken schweig still schweig still Herr Richard Tuck kannst du nachladen nein das muss ich so machen so dann gehen wir mal hier runter und gucken was hier ist ja schatz ich eile oh hier geht's noch weiter runter ich hoffe dass wir richtig laufen scheiß Affe scheiß Affe Klappe Klappe wo geht's denn da hin ich hab keine Ahnung wo wir sind ich renne einfach das könnte schon hinhauen das könnte schon hinhauen hier das könnte schon hinhauen hier da wo sind wir hier alte Scheiße es geht nie ab Waffen ein ein paradies von Waffen ähm hier nix ja zu wer ist hier hoch nein scheiße aber wir sind hier schon nicht so verkehrt glaube ich dann gehen wir erstmal hier rein ist zum Glück auf bis bis ratten sieht aus wie abwasser aus dem werk das wasser fließt durch die dunkelheit alter hier ist ein schlüssel den nehmen wir mal mit schrankschlüssel mitnehmen ja tja tja Rebecca ich glaub du wirst elendig sterben ich guck mal für Karte oh man da sind wir nicht weiter gekommen da ist da ist Rebecca denn doch da komme ich doch hin denn dann gehe ich jetzt wieder zurück zurück nein nicht hier hier lang hier hoch da durch und hier lang und hier lang Rebecca, hang on, I'll pull you up thank you no mention it just keeping my word we promised to cooperate with each other remember this is Rebecca over no sir I have not found him yet I'll continue to search for him over Rebecca my first mission and I've already disobeyed orders so much for my great law enforcement career oh well I probably won't live long enough to worry about it Billy I just need to know I need to know the truth did you kill 23 people I'm not going to judge you I just want to know the truth it was around this time last year our unit was ordered to Africa to intervene in a civil war our mission was to raid a hideout of some guerrilla forces located deep inside the jungle but the hideout was far away from our entry point some died from the heat others were killed by the enemy in the end only four of us survived only there was no guerrilla hideout what do you mean the idiots in charge had us operating based on wrong information but we couldn't just go back home empty-handed oh no our leader ordered us to attack an innocent village get rid of them kill them all please sir ceasefire immediately shut up do it oh so did you execute those innocent people forget about it doesn't matter anymore that so as then this is now besides you said you wouldn't judge me I'm not judging you but it does matter look now my people think you killed those MPs in the van but I don't think you did it was those zombie dogs right when they attacked the van you were able to escape isn't that right you don't get it I've only got two choices left either report to the Marines and serve out my sentence or keep on running for as long as I can that's all ach billy du haste schon nicht einfach wir gucken uns hier noch mal ein bisschen um das ging ja noch mal gut so ein riesiges loch liegt vor ihnen da die decke heruntergefallen ist so wir können hier speichern das eine schreibmaschine und hier sind farbänder denn wir haben ordentlich munitionen verbraten es scheint ein schrank schlüssel zu sein schrank schlüssel nun gut dann lösen wir uns mal mit der pistole aus wir haben ja schon ein paar affen getötet und dann werden wir das farbband aufnehmen dann gehen wir zur schreibmaschine so und dann haben wir die letzten zwei episoden sind irgendwie extrem lang aber vielleicht kann ich leere läufe ja ein bisschen vorspulen oder so ich würde mich dennoch freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder dabei seid dann werden wir hier wieder ein paar räume durchsuchen wir sind ja ein paar wir sind ja ein paar räume nur durchgelaufen aber es gibt interessante sachen wir haben auch eine waffenkammer gefunden und mal gucken was uns noch alles erwartet ich finde das spiel richtig geil und hätte nicht gedacht dass es so cool ist meine erinnerungen waren nicht so gut bis zum nächsten mal schau granate sind da viele keine ahnung die granate kohle ja werft da eine rein oh strömt so wie wir hier alle stehen nein alle alle wie haben sie das denn überlebt waren sie zu weit weg ah hier ist was los star wars das spiel der granaten das spiel der granaten ich geh mal in ego perspektive hier granate kaha noo nein ah am brust alle vier hat er weggepfiffert alter das ist nicht wahr das war sein erster kill . Frau